Musik Musik Ich habe den Wolfspark Werner Freund besucht, wo in der Nachfolge des großen Werner Freund dafür gesorgt wird, dass dieses Vermächtnis aufrechterhalten wird, dass gelernt wird über die Verhaltensweisen des Wolfs und das in einer natürlichen Umgebung, ganz frei von Pommesbuden oder anderen touristischen Attraktionen, wie man sie vielleicht erwarten kann. Musik Musik Alle, die noch nicht im Werner Freund Park waren, sollten das dringend nachholen. Untertitelung des ZDF, 2020